Wenn wir am Berg in eine Notsituation geraten, dann kann das unter Umständen lebensgefährlich werden. Vor allem abseits des Hoch sommers ist eine Gefahr wirklich problematisch. Erfrierung. Ein Gegenstand kann uns aber vor diesem Szenario retten. Deshalb geht es im heutigen Grundlagenkurs Nummer 9 um den Biwaksack. Vielleicht habt ihr von diesem praktischen Teil namens Biwaksack schon mal gehört. Denn er gehört für Bergsteiger eigentlich zur Grundausstattung. Eigentlich deshalb, weil er erfahrungsgemäß leider nicht immer dabei ist. Grund dafür ist, dass sich Bergsteiger verschätzen bzw. aufgrund einer niedrigen Schwierigkeit keinen Bedarf dafür sehen. Dabei ist die wichtigste Lektion, ein Biwaksack ist stets angebracht. Egal ob Hausberg oder alpine Unternehmung, ein Biwaksack kann jederzeit und ungeachtete Erfahrung zum Einsatz kommen. Und dass ein Biwaksack leider oftmals nicht mitgenommen wird, liegt wohl auch daran, dass er eben quasi nie gebraucht wird. Und das ist ja eigentlich auch gut so. Denn der Biwaksack sollte, wenn er nicht planmäßig verwendet wird, wirklich nur im Notfall zum Einsatz kommen. Doch wann findet der Biwaksack eigentlich wirklich eine sinnvolle Anwendung? Und was ist der Biwaksack eigentlich in Wirklichkeit? Und wieso funktioniert er so, wie er funktioniert? Das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Dann zuallererst die leichte Frage, wann kommt der Biwaksack denn einmal zum Einsatz? Der Biwaksack sollte immer dann aus dem Rucksack geholt werden, wenn man weiß, dass man keinerlei Chance auf einen sicheren Aufstieg zu einer Hütte oder Abstieg ins Tal hat. Das ist meistens bei Schlechtwetter, also Gewitter oder Nebel oder vielleicht auch bei Dunkelheit oder bei der Erschöpfung aller letzten Kräfte der Fall. Wird ein Notruf abgesetzt, sodass die Bergrettung am Weg zu einem ist, kann das aber gerade bei Dunkelheit oder Schlechtwetter sehr lange dauern. Helikopter können bei Schlechtwetter kaum ausrücken und auch bei Dunkelheit gibt es nur in wenigen Regionen die Möglichkeit zu fliegen. Daher muss man wohl oder übel bis zum nächsten Wetterfenster oder der nächsten Morgendämmerung ausharren. Genau dann kommt der Biwaksack zum Einsatz. Man sucht sich, sofern man unverletzt ist und sich bewegen kann, den sichersten und bestmöglichen Platz und setzt sich in den Biwaksack hinein. Danach wird er oben so dicht wie möglich zugeschlossen. Je nach Modell gibt es hier entweder einen Kordelzug oder man muss ihn am Kragen so falten, dass er möglichst luftundurklässig abschließt. Die nächste zu beantwortende Frage ist, woraus besteht ein Biwaksack und was kann er? Ein Biwaksack ist im Prinzip ein Plastiksack. Genauer gesagt besteht er aus Polyurethan, was nichts anderes ist als ein komplexer Kunststoff. Das macht ihn besonders leicht und auch im Backmaß sehr praktisch. Ein Biwaksack kommt im Idealfall in einfacher Form, gerade mal auf 150 Gramm, misst nicht mal 10 cm in der Länge und nur 5 im Durchmesser. Das macht die Biwaksack ja eigentlich so klein und praktisch, dass es kein Argument dafür gibt, sie nicht in den Rucksack zu packen. Obwohl der Biwaksack nur eine dünne Plastikschicht ist, hat er eine unglaublich praktische Funktion. Er schafft es, Menschen in eisigen Kälten und über längere Zeit das Überleben zu ermöglichen. Wie er das macht? Durch den Polyurethanaufbau oder sagen wir im Folgenden einfach Polyester dazu, ist der Biwaksack wasserabweisend und winddicht. Er dichtet also das Innenleben von der Außenwelt ab, bildet damit also eine Art Schutzwand. Bei Regen oder gar Schneefall ist das insofern praktisch, als dass die zusätzliche Kälte durch die Feuchtigkeit vollkommen draußen bleibt. Winddicht ist ebenfalls eine unglaublich wichtige Eigenschaft, wenn es um Kälte geht. Womit wir zur nächsten interessanten Frage kommen. Wieso funktioniert der Biwaksack und was bringt er tatsächlich? Das ist eine geniale Frage, denn zu Recht kann man sich fragen, wieso so ein wirklich dünner Fetzen Plastik eigentlich funktionieren soll. Das hängt hauptsächlich mit Physik und Thermodynamik zusammen, sodass man das Warum beim Biwaksack am ehesten versteht, wenn man den physikalischen Hintergrund dazu kennt. In der Meteorologie gibt es bei der Temperatur zwei unterschiedliche Werte. Einerseits die gemessene Lufttemperatur und andererseits den sogenannten Windchill. Der Windchill beschreibt die gefüllte Temperatur. Gefüllt deshalb, weil sich die Windchill-Temperatur immer kälter anfühlt als die tatsächlich gemessene Temperatur. Und Windchill hängt, wie es der Name vielleicht schon verrät, mit dem Wind zusammen. Denn dieser beeinflusst die gefüllte Temperatur maßgeblich. Und das wiederum liegt daran, dass der Wind die körpernahe Luft, leihenhaft ausgedrückt, wegbläst. Die körpernahe Luft ist aber im Vergleich zur Umgebungsluft logischerweise wärmer. Durch die kühlere Luft um den Körper kommt es, verkürzt gesagt, dazu, dass es sich kälter anfühlt als es ist. Dabei ist aber die gefüllte Temperatur ausschlaggebender als die gemessene Temperatur. Das liegt daran, dass der Körper durch die Wärmeleitung versucht, die gefüllte Temperatur auszugleichen und nicht die gemessene Temperatur. Der Energieverlust und der Kälteeinfluss hängen also ausschließlich von der gefüllten Temperatur ab. Doch was hat das alles mit Windchill und vor allem mit dem Biwaksack zu tun? Ein Beispiel wird hier mehr erklären als die trockene Theorie. Angenommen, ich verlaufe mich am Berg. Es ist bereits dunkel und die Situation wird immer beschissener. Die Bergrettung sagt, dass sie erst etwa in 5 Stunden bei Dämmerung da sein können. Leider habe ich keinen Biwaksack mit, denn ich weiß gar nicht, dass es so etwas überhaupt gibt. Ich setze mich also irgendwo hin und nachdem es schon Herbst ist, hat es gemessen nur noch 0 Grad. Doch leider ist es in dieser Nacht auch noch windig. Ungefähr 40 kmh stark bläst der Wind über den Berg, was bedeutet, dass die gefüllte Temperatur lediglich bei minus 7,4 liegt. Scheiße, das ist ziemlich kalt. Mit Weste, Jacke und Co. angelegt ist es immer noch eisig und mir bleibt nichts anderes übrig, als die Situation auszusitzen. Jedoch sind minus 7,4 Grad einfach zu kalt. Nach zwei Stunden zeige ich Symptome der Erfrierungen, nach drei bis vier Stunden bin ich tot. Eine Stunde später kommt die Bergrettung und kann lediglich den Abtransport meiner Leiche organisieren. Anders sieht das Ganze mit einem Biwaksack aus. Selbes Beispiel, selbe Situation, nur diesmal sitze ich die Situation in einem Biwaksack aus. Was passiert konkret? Sobald ich mich in einem Biwaksack eingekuschelt habe, merke ich, wie der Körper langsam anfängt auszukühlen. Doch durch das windigte Material ist die Temperatur an meiner Haut nicht bei minus 7,4, denn der Windchill-Faktor, den gibt es nur bei Lebewesen und nicht bei Plastikfetzen. Das bedeutet, es hat sogar 0 Grad, oder? Nein, es ist sogar noch wärmer. Denn der Biwaksack ist nicht nur von außen nach innen dicht, sondern auch von innen nach außen dicht. Und die Körperwärme, die wir ausstrahlen, die wird einfach wieder an der Wand des Biwaksacks zurückreflektiert. So kann es im Biwaksack schon mal 10 Grad haben, was eine deutliche Verbesserung von ganzen 17,4 Grad Celsius im Vergleich zur Nacht ohne Biwaksack entspricht. Natürlich kann man nicht sagen, wie viel Wärme erhalten bleibt. Das hängt einfach zu stark davon ab, wie dicht der Biwaksack verschlossen ist und wie dick das Material letztlich ist. Das kann mal mehr, mal weniger sein. Die Steigerung zum Verweilen ohne Biwaksack ist aber definitiv deutlich merkbar. So, und nachdem ich jetzt in meinem Biwaksack sitze, fange ich leider trotzdem an auszukühlen. Mir ist klar, wenn nicht bald Hilfe kommt, werde ich trotzdem erfrieren und sterben. Jedoch wird es ungefähr 6 Stunden dauern und Gott sei Dank ist in 5 Stunden die Bergrettung als Hilfe da. Und genau das ist das beste Beispiel, wie ein Biwaksack Leben retten kann. Nein, der Biwaksack ist kein Schlafsack mit Zelt. Er ist auch nicht darauf ausgelegt, Nächte gemütlich draußen zu verbringen. Dafür ist er schlichtweg nicht konzipiert worden. Was er jedoch kann, ist, er bringt Zeit. Mit der Investition in einen Biwaksack investiert man also in wertvolle Minuten oder gar Stunden, wenn es um Leben oder Tod geht. Ja, nach 5 Stunden wird man auch im Biwaksack seine Erfrierungserscheinungen, eine kritische Atemfrequenz und einen deutlich zu niedrigen Puls haben. Aber man lebt, beziehungsweise man überlebt. Ein Biwaksack kostet 25 bis 50 Euro, je nachdem wie dick und komfortabel man ihn wählt. Dieses Geld investiert man hoffentlich nur ein einziges Mal für sehr, sehr lange Zeit. Es ist eine verhältnismäßig unscheinbare Summe, wenn man sie mit dem Wert des eigenen Lebens vergleichen möchte. Es gibt unzählige dramatische und traurige Geschichten von Bergsteigerinnen und Bergsteigern, die in den Bergen wegen der Kälte ihr Leben lassen mussten. Sie waren verletzt, wurden von Schlechtwetter überrascht oder es wurde schlichtweg dunkel. Todesfälle, in denen Minuten gefehlt hätten, wären mit einem Biwaksack letztlich vermeidbar gewesen. Deswegen appelliere ich an euch im Zuge des Bergsteigen-Grundlagenkurses. Ein Biwaksack ist keine Option, ein Biwaksack ist auch kein nettes Gadget. Ein Biwaksack ist eure Lebensversicherung am Berg. Deshalb sollte vor eurer nächsten Tour, wenn ihr noch keinen Biwaksack habt, noch ein Biwaksack gekauft werden. Egal in welcher Ausführung, egal ob günstig oder teuer, egal von welcher Marke. Ihr kennt nun die Funktionsweise eines Biwaksacks. Ihr wisst jetzt auch für alle Hobbyphysiker unter euch, wieso der Biwaksack eigentlich funktioniert und wie er genau funktioniert. Und habt jetzt auch gute Gründe, warum ihr unbedingt einen Biwaksack dabei haben solltet. Wenn euch dieser Grundlagenkurs gefallen hat, solltet ihr den Kanal unbedingt abonnieren. Hier gibt es dreimal die Woche frische Inhalte für euch und jeden Dienstag auch ein neues Video zum Thema Bergsteigen-Grundlagen. Bis zum nächsten Mal wünschen wir euch wie immer eine wunderschöne Zeit und schöne und vor allem sichere Tour. Bergheil!